Herzlich Willkommens für heute ein Volk auf der Karte Wir werden unseren Anhänger zum Hof fahren und dort einmal ablegen, ablagern oder hinstellen Weil die brauchen wir nachher zum, für die Ernte später, das beteiligt entsprechend zum Hof zu fahren Die Drescher kann man ja direkt zum Zellen fahren, sonst brauchen wir, da müssen wir erst mal sehen, dass wir in der Halle gescheitzt bekommen Mal gucken, ob wir die Fahrzeuge machen, ob die aktuell gut düngen Fällt 40, da geht gut voran Die 28 Wer auch Die 13 ist zur Hälfte fertig Das passt dann schon mal Ganz gut Mal kurz schauen, was die Tiere machen Habe diesfach Futter gegeben Mit Silage Heuer, das ist ja Hauptsammutation Sauberkeit passt auf, Wasser Ja, reicht Da ist es Bisschen eng Dann werden wir den los schicken Jetzt sind wir auf 3, nach der Leine Und wir gehen auf unseren Kühen Hier mal den Rest rein Und dann werden wir gleich mal Raus da Raus Das Futter gehen Ja, das sind Kühe Das soll nicht ein Bullen sein Das war ja so nicht geplant Na, wer ist mit? Na doch nicht Da holen wir erstmal einen Arschluss Aber hier für die Karte ist ein Pit Das ist keine Arbeit Fehler werden behoben Fehler werden behoben Ich sag mal, das ist alles kein Problem Weil, wenn es gemacht wird Ist es okay Und die meisten Fehler werden eh erst gefunden Wenn es viel drauf Entsprechend Äh Viel 100%ig Wenn wir fahren Wenn wir fahren nach der Kunde Aber jetzt haben wir so Wir hoffen Kannst uns die Türen Und nichts Es muss ja nicht alles auf die Karte herkommen Es kann aber sein So eine Mods sind Die können ja auch weder Dass sie mit irgendwas mit den Türen sind Das könnte natürlich sein Das könnte natürlich sein Das könnte natürlich sein Ja, leider mal Also futtermäßig haben wir immer genug Wenn wir das so viel Kleingeld haben Dann haben wir irgendwie immer 4.000 Aber zur Zeit haben wir keinen Knendel Ja, ich hab keine Tiere dazu Mal putzen hier Mal putzen hier Wenn die Blase aufnimmt Wenn die Blase aufnimmt So Mal putzen hier Du sitzt da unter den Tüm Cute Da sind ein Kieger Und mit dem Also, Kie, oder mitten Der hat dann kommen dieighe Das ist ein Kieger Der trengkommende nischar Mit der Nase. Mit dem Regen. So, wenn wir den Trick erfüllen, ist das hier. Aber das glaube ich je nachher entfüllen. Ich glaube nicht wissen, ne? Ist ich da? Entschuldigung. Entschuldigung, ist er irgendwo. Ich weiß nicht. Oh, du hast ja gewandert, doch denke ich. Entschuldigung. 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 Ein kleiner Punkt, ne? Ein kleiner Punkt, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Manchmal, wenn man ne ganze Karte macht. so fahren wir einen Schall rein jetzt und seit man sowas keine Ahnung hat, kann ich auch schlecht urteilen, wie das zusammenhängt ups, die Hörnerei Oh, shooting is on. Freunde. Aber jetzt ist es so, in der Grunde. Aber auch mal vollkappt. So, das kann ich garantiert nochmal auf der Fall fahren. Ja. Fahren wir natürlich ran an... ...unser Punkt. Nö, nix ist da. Die wollen jetzt. Die haben ja Gas, ne? Das ist nicht ganz so dramatisch. Der Winter wär schlecht. Schau ich an jetzt nochmal. Schau ich an jetzt nochmal. Entschuldigung. Halt, lass das Schäden gehen nochmal. Brauchst du auch vor den Flasen? Ja, der Flasen ist in der Flasen. die werden wir hier auskippen oder ne? das war alles hier unser spezialfeld die 11 da bin ich gespannt was da rauskommt da muss er mal wachsen ist der Dünger reichte? ich werde es sehen da war ja nicht voll und die beiden rauen auch ein bisschen was zeitmäßig das sollte reichen ich höre die 29 jetzt auch reichen denke ich mal ne? ja sieht gut aus gut wir an und alle kommen dann werden wir die Wunten stellen in der Halle gerade raus rein erstmal ne? da habe ich mir noch nichts vorreiz zu können eher zwar packen wir hier so rechts über dann können wir noch einen zweiten reinstecken zu machen die Halle ist auch nix für so n hänger mit freizie auch nix für so n hänger mit freizie sondern wir sind dann können wir hier aber nicht so die 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 Dann drücken wir nach rechts ein Stück rein und dann mit Strom. Ja gut, machen wir doch. Geschafft, aber da fahren wir nicht rein. In dieser Halle auch nicht. Dann können wir mit Strom nicht bleiben. Vollbahn, ja das geht. Jetzt können wir hier mal hin. Die müssen wir hier eine Mauer bauen oder so was hier. Als Schutz. So. Liebe Kollegen. Ja das kostet viel Geld. Wenn wir das machen wollen, müssen wir das Geld verdienen. Wir könnten aber auch die Lager wollen kaufen. Ja das kippen sich ja an. Können wir die BGH füttern. Ob wir auch Geld trinken in dem Sinne. Gut. Ich glaube schon. Bisschen etwas. Wir müssen heute mal testen. Hänger voll machen. Und dann. Wie es mir heute Nacht bringt. In der Ruhe. Mal schauen mal. Also nur den Rosen. Wo ich vier Ballen rein kriegen kann. Einmal. Kleinmittag nix. Mal schauen mal kurz. Wie ein bisschen. Ich kenne mich jetzt auch. Wie ein bisschen. Ja. Also ein Sauwerter hier, aber gut, das ist halt so, ne. Das ist mal grundverschieden, also das ist extrem. Auf der Marsch ist es halt so, dass es trocken ist, dass es gar nicht Regen in Sicht ist, wenn du vertropfen. Und hier ist es so, dass wir eigentlich, äh, ja, absaufen. Wahnsinn, aber ist halt so, ne. Nein, wenn die Anne ernte, äh, futsch geht, ist sie futsch, aber, ja, gut. Und hier haben wir immer noch Mais, das ist die Lase. Natürlich die Mission auf den Feldern. Die wir danach und danach abarbeiten werden. Wenn das gut klappt, äh, klappt, dann, äh, dann sind wir auch ganz, äh, beträchtlich geschärft. Also, das klappt, ist gut. Nicht, kein Problem. So, gut, schauen wir mal, wo die, äh, ersten Ball kommen. Meistens kommen die links. Balletten, Ballen. Ja, wir haben nur die Laseballen, die eine Sorte hier. Zwei, acht Stück. So. Deswegen nur acht, weil ich euch mal genau... Ja, 17.000. Halbes Vermögen. Das wollen wir mir ruinieren, wie es heißt. Jetzt können wir gleich mehr zukaufen, weil gleich beladen wird automatisch. Dann wenn ich mich so viel kaufe. Das muss Geld pumpen. Also, ich kriege ihn noch mindestens zweimal abgedraut. Ich brauche Geld. Von der Bank. Wegen Ballen. Ich glaub's nicht. Ja, da würde ich auch speichern. So, liebens, das soll's. Für heute gewesen ist es ja die Zeit. Ich danke fürs Reitschauen. Dann seid mal tschüss und wir gewinkt. Tschau. Das vergeht mir nicht wie morgen, wenn ich gekauft habe. Nichts, was geht. Tschüss.